Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Gebratiner Wildspargel. Der gebratene Wildspargel besitzt eine kräftigere Note als der übliche weiße, grüne oder violette Spargel. Das nebenstehende Foto zeigt den Wildspargel mit Saltimbocca alla Romana und glasiertem Frühlingsgemüse. Für vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. 250 bis 500 Gramm Wildspargel. 2 bis 3 Esslöffel L-Butter. Frisch gemahlener, weißer oder schwarzer Pfeffer optional. Meersalz oder grobes Salz aus der Mühle. Folgende Utensilien werden benötigt. Beschichtete Pfanne oder Pfanne. Sieb, Küchenpapier. Zubereitung. Den Spargel vorsichtig unter Warmwasser abspülen, auf ein Sieb zum Abtropfen geben und schließlich auf Küchenpapier zum Trocknen geben. Der Spargel sollte vollständig trocken sein. Die Butter kräftig aufschäumen lassen und den Spargel 2 bis 3 Minuten braten, öfters durchschwenken und zum Ende hin würzen. Zubereitung. Der Wildspargel. Punkt. Das Braten des Wildspargels. Besonders lecker als Beilage zu Saltimbocca alla Romana. Diese Varianten gibt es. Das Gemüse zusätzlich mit etwas gemahlenem Korianderwürzen. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!